so weiter geht es heute mit diesem spät und wir machen heute weiter mit mal wieder ein bisschen tages rennen viel kann man nicht machen was das historie betrifft sondern wir können heute nur ein bisschen am tag so was haben wir denn heute so ich weiß mal das painting hier dann gucken wir gleich mal die neue events verfügbar so okay was wir doch haben auf der karte heute diese wieder neue sachen sehr schön das gefällt mir doch nehmen wir den mit passt so gut hier war da runter dann wollen wir heute wieder ein bisschen mal so ein bisschen wieder am tag der letzte folge sollte dann endlich mal wieder den kopf entkommen das ist doch immer gut 3 mit drei den kopf mal wieder aber heute fahren wir ein kleines rennen so 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 Das war's. Wir sind momentan nur sechs da, weil gerade der eine ein bisschen auf die Nerven geht. Ich krieg's aber auch gerade echt, weil der Riesnitz auch ist. Ja doch, ist doch alles offen, oder? Okay, das wird gleich die zweite Runde. Okay. 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 Wir wollen natürlich jetzt mit Beginn der letzten Runde für heute, was wir uns da machen. 38.000 Kaffee hinten jetzt für den Sieg. Okay. 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 Wir haben es gleich geschafft, ein Kilometer von momentan. So, dann haben wir das auch. Das ist jetzt gerade richtig, dass ich da komme. Du fährst mir in die Karre, du Idiot. Ich bin da am Steuerdessen. Okay, diesmal lass ich sie in der V-Ko. In der Liga bist du mir in die Karre gefahren, mein Freund. Aber okay. Am Tag hast du so Beständchen danach ja nicht. Jetzt guck ich gerade, wo ich das denke. So, gucken wir mal. Hier haben wir auch alles. Ich guck gerade. Hier ist auch so Drift-Ding. Na komm, die dürfte halt mal machen. Jetzt ist es leichter, die die Kode. Reifen zu gewinnen. So. So. Ich bin dürfte ich einfach ein Tifter, oder? Aber ich bin dürfte ich einfach ein Tifter, ne. Aber ich bin für gerade bestimmt die Difter hab irgendwo. Ja, mein Freund muss sagen. Und da gibt es rein ins Rennen. Camarero heißt dieses Rennen, 87.000 soll man erreichen, na gut. Camarero heißt das Rennen, 87.000 soll man erreichen. Was ich hab, bitte konnte es wieder gehen. Aber ich denke, das gibt auch nicht. Da haben wir jetzt schon fast 50.000. Da ist es. Untertitelung. BR 2018 Wir haben es zu fahren. Eigentlich war es schon geschafft. 4.3 erreicht. 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 5.4 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 erreicht. 6.4 erreicht. 5.4 erreicht. 6.4 erreicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017